Hallo ihr Lieben, heute erfüllen wir einen Tanzwunsch und zeigen euch den Thumb in my way. Der beginnt erstmal für die Dame. Step, halbe, Chassé, Behind, Schritt, Shuttle. Nochmal. 7, 8, Step, halbe, Chassé, Viertel, Turn, Behind, Seit, Viertel, Chassel, Drehen. Jetzt den Herd. Der macht einen Rock, Step, Chassé, Behind, Seit, Viertel, Chassel, Drehen. Nochmal. 7, 8, Rock, Step, Chassé, Viertel, Turn, Behind, Seit, Viertel, Chassel, Drehen. Das was die Dame jetzt im ersten Päckchen gemacht hat, macht der Herr jetzt im zweiten Päckchen und umgekehrt. Das heißt, die Dame macht jetzt Rock, Step, Chassé, Viertel, Turn, Behind, Seit, Viertel, Drehen. Der Herr macht, der Herr macht einen Fall, ich sag jetzt mal nur die Damen-Schritte in beiden Päckchen und danach die Herren-Schritte. Step, Step, Halbe, Chassé, Viertel, Turn, Behind, Seit, Viertel, Chassel, Drehen. Rock, Step, Step, Chassé, Behind, Seit, Viertel, Chassel, Drehen. Jetzt der Herr. 7, 8, Rock, Step, Chassé, Viertel, Turn, Behind, Seit, Viertel, Chassel, Drehen. Rock, Step, Chassé, Viertel, Turn, Behind, Seit, Chassel. Dann ist er auch kein Rock, Setter, das ist ein Step, Half, Turn. Wir machen das nochmal. 7, 8, Rock, Step, Chassé, Viertel, Turn, Behind, Seit, Viertel, Chassel, Drehen. Step, Halbe, Chassé, Viertel, Turn, Behind, Seit, Chassel, Drehen. So ist das richtig. So, wir haben uns jetzt so an den Händen. Wir lassen jetzt diese Hände los. Der Herr macht ein Full-Turn-Chassel und die Dame ein Schritt-Schritt-Chassel. Und danach machen beide Schritt-Schritt-Chassel. 7, 8, Full-Turn-Chassel, Schritt-Schritt-Chassel. Wenn der Herr fertig ist mit Dreh, sind wir wieder in der Vita-Position. Da hängen wir mal dran. Damit wir euch nicht ganz so weit weglaufen, müssen wir natürlich immer vorne anfangen. Damit ihr besser gucken könnt. Okay, einmal mit den Damenschritten. 7, 8, Step, Halbe, Chassel, Viertel, Turn, Behind, Seit, Viertel, Chassel, Drehen. Rock, Step, Chassel, Viertel, Turn, Behind, Seit, Viertel, Chassel, Drehen. Schritt, 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 Schritt. Okay, jetzt die Herrenschritten. Machen wir wir hier. Richtig. Step, Viertel, Chassel, Turn, Behind, Seit, Viertel, Chassel, Drehen. Step, halbe, Chassel, Viertel, Turn, Behind, Seit, Chassel, Vor. Stuart, Whartel, Turn, Schritt, Schritt, Schaffel. Okay. Wir machen jetzt einen Rock-Step. Beide. Und Shuffle, Fertel, Turn. Rock-Step. Shuffle. Beide einen Step halber. Lassen die linken Hände los. Greifen hinten wieder an. Also an die Hand. Machen Step halber. Und Shuffle. Okay. Nochmal. Wir stehen auf dem linken Fuß. Sieben, acht. Rock-Step. Shuffle, Fertel, Turn. Step halber. Shuffle, Fertel, Vor. Step drin. Shuffle, Vor. Okay. Wir machen Anfang. Ich sage jetzt die Herrenschritte an. Sieben, acht. Rock-Step. Shuffle, Fertel, Turn. Behind. Ein, zwei, Shuffle, Vor. Rock-Step. Shuffle, Fertel, Turn. Behind. Seid, Shuffle, Vor. Full-Term. Shuffle, Vor. Schritt, Schritt. Shuffle. Rock-Step. Shuffle, Dreh. Step halber. Shuffle, Vor. Step halber. Shuffle, Vor. Einmal das Ganze nochmal mit Damen-Schritten. Sieben, acht. Sieben, acht. Step halber. Shuffle, Tüffel, Turn. Behind. Seid, Shuffle, Vor. Rock-Step. Shuffle. Behind. Seid, Shuffle, Vor. Schritt, Schritt, Shuffle. Schritt, Schritt, Shuffle. Rock-Step. Shuffle, Viertel, Turn. Step halber. Shuffle, Vor. Step halber. Shuffle, Vor. So. Jetzt machen beide wieder einmal Schritt, Schritt, Shuffle. Schritt, Schritt, Shuffle. Die Dame macht zweimal Rock-Step, Coaster-Step. Der Herr macht einmal Rock-Step, Coaster-Step. Und dann ein Step halber, Kribbel, Kribbel, Step auf der Stelle. Sieben, acht. Wir machen mal Rock-Step, Coaster-Step. Rock-Step, Coaster-Step. Der Herr macht so eine kleine Schaffel nach vorne. Okay, nochmal in die Stelle. Sieben, acht. Rock-Step, Coaster-Step. Rock-Step, Coaster-Step. Das habe ich natürlich mit dem Falschgefühl von mir gefallen. Wir machen mal den Anfang. Mit Damen-Schritten. Sieben, acht. Step halber. Chassee. Behind, Seid, Shuffle. Rock-Step, Chassee. Behind, Seid, Shuffle. Schritt, Schritt, Shuffle. Schritt, Schritt, Shuffle. Rock-Step, Shuffle, Drehen. Step halber, Shuffle, Vor-Step. Drehen, Shuffle, Vor-Step, Schritt, Schritt, Shuffle. Rock-Step, Coaster-Step. Und Rock-Step, Coaster-Step. Einmal noch eine Fernschritte. Sieben, acht. Rock-Step, Chassee. Behind, Seid, Shuffle. Step halber, Chassee. Behind, Seid, Shuffle. Full-Türn, Shuffle. Schritt, Schritt, Shuffle. Rock-Step, Shuffle. Drehen, Step halber, Shuffle. Vor-Step halber, Shuffle. Vor-Step, Schritt, Schritt, Shuffle. Rock-Step, Coaster-Step. Rock-Step, Coaster-Step. So, jetzt halten wir uns nur noch an der Hand. Bei den nächsten Schritten lassen wir die aber los. Die versuchen wir jetzt mal in Zeitlupe zu zeigen. Aber quasi ist es eine Jazzbox mit einer halben Drehung, indem wir aneinander vorbeilaufen. Wir machen also eins, zwei, drei, Schritt nach vorne. Dann stehen wir quasi gegenüber von dem Herrn des anderen Paares und gehen dann wieder so zurück. Eins, zwei, drei, vier. Und sind quasi bei dem Herrn wieder angekommen. Ja, okay, das heißt eben nochmal. Wir machen. Und jetzt noch. Sieben, acht. Achso, stellst du so. Ist das nicht. Kannst du nicht. Sieben, acht. Kreuzen, Rückseite, vor. Kreuzen, Rückseite, vor. Und wir klatschen, wenn wir etwas geübter sind, auch mit den anderen Paaren oder Tanzteilnehmern ab. Und zwar bei, wir machen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und zwar bei drei Jungs, ne? Ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Aber wir machen sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Den Kopf hatte ich bei vier und acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Meine Mann hat das gewusst. Bei eins und fünf. Wir sind angekommen. Achso, wir machen jetzt erstmal. Am Anfang. Ist, glaube ich, besser. Wir fangen mit den Damen-Schritten an. Sieben, acht. Step, halbe Chassé. Behind, side, shuffle. Step, halbe Chassé. Behind, side, shuffle. Schritt, Schritt, shuffle. Schritt, Schritt, shuffle. Rock, step, shuffle, drehen. Step, halbe, shuffle, vor. Step, halbe, shuffle, vor. Schritt, Schritt, shuffle. Rock, step, coaster, step. Rock, Step, Poster, Step. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay. Machen einmal noch die Hattenschwung. Dann noch mal die letzte Fiction. Sieben, acht. Rock, Step, Chassis. Behind, Side, Shuffle. Step, halbe Chassis. Behind, Side, Shuffle. Schritt, Schritt, Shuffle. Schritt, Schritt, Shuffle. Rock, Step, Shuffle. Dreh, Step, halbe Shuffle vor. Step, halbe Shuffle vor. Schritt, Schritt, Shuffle. Rock, Step, Poster, Step. Step, Shuffle vor. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Der Herr macht jetzt einen Step, halbe Shuffle vor. Schritt, Schritt, Shuffle. Die Dame macht einen Backrock. Backrock. In der Zeit, wo der Mann sich strebt. Wir machen mal. Backrock. Shuffle. Jetzt macht der Mann Schritt, Schritt, Shuffle. Und die Dame einen Full-Term-Shuffle. Full-Term-Shuffle. Und dann sind wir schon am Ende angekommen. Wir machen mal ab der Chestbox. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Weg, Rock, Shuffle, Full-Term-Shuffle. Und dann fangen wir wieder an. Wir machen mal einen Anfang, sieben, acht. Step, halbe Chassé, behind, side, shuffle. Rock, Step, Chassé, behind, side, shuffle. Schritt, Schritt, Shuffle. Schritt, Schritt, Shuffle. Rock, Step, Shuffle, dreh. Step, halbe, Shuffle, vor. Step, halbe, Shuffle, vor. Schritt, Schritt, Shuffle. Rock, Step, Coaster, Step. Rock, Step, Coaster, Step. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Weg, Rock, Shuffle, Full-Term-Shuffle. Okay, ich mache uns mal Musik.